ARD Text im Auftrag von Funk Den kenn ich gut Das, wenn du zuhaftest wirst Ich darf ein paar Granaten für dir Achtung mal da vorne Der tut's gut weh Lauf! Aua Alter, der zieht halt echt 6.000 oder sowas Hörst du mich? Was? Ja, ich seh dich Hörst du mich, Affe? Ja, ich hör dich Du hast dein Spiel rausgezogen Äh, lol Ja Ja, gut dann Schreien wir wieder? Ah, lad dich mal ein Warum bist du denn rausgeflogen? Keine Ahnung Äh, Verbindung zum Hostel unterbrochen Hm Ungeil Ist ja wieder da Hä? Ja, Moment Das könnte Lille schenkt ihm aber auch ordentlich ein Was? Ja, Moment Ja, Moment Ja, ich hab grad nochmal Kurzen Bist Co Warte mal, dann pausier ich mal kurz? Ja, ich bin wild, ja Ich bin da, gell? Ah, jetzt, okay Bin da, gell? Gib ihm Alter Alter Oh, ich kaufe noch schnell Granaten geführt Oh, ich kaufe noch schnell Granaten geführt da Juh Mutterschuss Da sind jetzt einige dahinten Ja, läuft Lilith einmal pampam weg Nico, geh immer aus dem Ring raus Warum? Ach, da hat gar keine Meta Doch, da hätt noch keiner Wie die halt Damage macht, wa? Boah, Alter, was ist mir heute los? Okay, scheiße, mir loopt einer an Moment kurz Ach, Julian Immer so beschäftigt Ist auch ganz ruhig hier Alles schön Party und so Das ist jetzt wiedergebracht Hm, das ist ja noch kein Herz Oh, der ist ja noch mal Neuer Whore Der ist ja noch kein Herz Ich hab's nicht gemacht Der ist ja noch kein Herz Ooh, nice. Oh, keine Muni mehr. Oh, 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 oh. Ja. Boah, meine Fresse, Alter. Was, wer war's? Ja, wer war's. Keine Ahnung. Ich weiß, wie es dir was gibt. Deine Mutter. Genau. Wieso ist das? Ganz, ganz leichten Damage. Ich musste kurz helfen. Ich darf mal Granaten rein. Ich habe gerade eine Enchieferung gekriegt, die Welt in Brand setzen. Kannst du mich heilen? Ja, kann ich. Hör klar. Gut, dann werf ich mal ein paar Granaten rein, was? Ja, hab ich auch gerade gemacht. So, bumm, 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 bumm. Gut, den einen kriege ich weg. Brauchst mich nicht wieder zu überleben. Nein, komm, bleib stehen. Ja, ja. Der eine ist weg, der andere steht ein. Hier kommt noch einer nach oben drauf. Ja, den sehe ich. Oh, ein dritter? Ja. Oh, mein Gott. Weil ich jetzt gefährlich bin. Ja, ich wiederbelebe mich selber. Alter. Oder auch nicht. Genau, ja. Ging viel schneller als erwartet. Äh, zurück. Naja. Ähm, hilf doch kurz hier. Nico, hinter dir. Ah, ich hab keine Muni. Ich weiß nicht, ich hab den leichten, äh, lebens, lebensregeration gemerkt. Bei dir? Nein, bei dir. Ja, auch. Äh, kann sein. Oh, da ist noch zwei da drinnen. Ziemlich ungeil. Ich renne mal. Ja. Wer belebt mich? Ich kann nicht. Wenn ich dich wiederbelebt, sterbe ich. Nimm dir den Facelock oder sowas. Ja, ist nicht auf, ah doch, ist aufgeladen. Ich bin tot. Ja, und dann wieder belebt. Ich bin tot. Yay. Dann werde ich nochmal sterben, wa? Ich werde auch sterben. Ah, hab dem einen mit Sniper-Schüssen ziemlich feater Mensch gemacht. Ja. Ich bin aber ganz hinten. Ich bin jetzt mal zweimal hintereinander gestorben, ne? Nein, wenn ich gerade sterbe, ich bin gerade schon gut dabei. Keine Munition mehr. Und ich bin tot. Alter. So. Boah, ich koch mir so schnell wie ich kurz Raketenwerker muss nie. So, gar nicht. So, jetzt geht's ab. Jetzt könnt ihr mich mal. Der eine ist weg. Der andere kassiert gerade schön. Gib ihm. Diese großen Abstände bin ich. Oh, der hat einen Sniper geraubt. 2500. Nicht so gut. Ich mag ihn besser, aber. Das war Muni kaufen. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Ich hab nur 10k live. Ich hab auch 10k live. 10. 10. 550. Tja. Das hat Spaß gemacht. Aber der fühl ich ziemlich fertig. Ja? Hast du mir noch ein Stück Iridium? Hat das so viel Spaß gemacht? Ja, das ist das Zeug. Gibst du's mir? Danke. Los, friss. Ihr seid die Kammer auf. Es sind meine Sirenenkräfte ziemlich umwerfend. Dank diesem Iridium Zeug. Keine Ahnung warum. Also. Beraten wir, wie wir meinen Freund retten. Läuft bei ihr. Ja. Naja. Ex-Freund. Bevor die Bloodshots ihn einkassierten, sammelte Roland Informationen über die Kammer und was Jack damit braucht. Man sieht ihre Kimme. Du musst ihn finden. Ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen, solange Roland fort ist. Aber zuerst teleportiere ich dich nach Bloodshot Stronghold. Dort halten sie Roland fest. Wenn du sie überrascht, hast du einen echten Vorteil. Ja. Halt still. Ähm. Ich hab dich grad mal drei Meter weit bewegt, oder? Sorry. Ich bin noch am üben. Das erinnert mich daran, dass es in Bloodshot Stronghold von üblen Gesellen wimmelt. Du solltest etwas trainieren, bevor er es mit denen aufnimmst. Du machst dich übrigens gut da draußen. Weiter so. Oh fuck. Wohohoho. Sollen wir nicht warten? Ah. Ab geht die Post. Warten in die falsche Richtung. Fuck. Wir hätt noch nicht rüberspringen sollen, ne? Ja. Aber man kommt auch so wieder rüber. Aber knappi. Auf geht's nach draußen. Auf geht's nach draußen. Sollten echt nie sängern. Oh Mann. Will der allerbeste Son. Wie keiner vorweber. Dum 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 dum. Oh Mann, 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 Mann. Du hast nur die Muni genommen. Ich hab die Schrotze aufgesammelt. Ja? Ganz sicher? Ja. 1171 x 14. Wie viel Muni? 12. Verbraucht 3 pro Schuss. Ja, lass mal rüber wachsen. Ich hab da ne Sniper, die zieht 2500 und 730 Korrosionsschaden. So, scheiße. Guck mal an. Bitte, dass die Schotding da für dich. Dann nick die Sniper. Die ist in allem schlechter. Warte mal. Ja. Na gut, selbst mit Korrosionsschaden ist nicht arg viel besser. Ich guck grad nach. Verbraucht 4 Muni pro Schuss und 3 Muni. Das heißt... Ja, die ist eh schwächer. Jetzt hab ich ne Schrotze. Die ist doppelt so viel, wie die vorherige von mir. ARRIVA! Wir wollen die allerbesten sein. Keiner von... Hast du Pokémon-Fimmel grad, oder was? Digga, ich hab mir letztes Mal wieder die ersten Folgen von Pokémon angeschaut. Ja, und? Alter, schau's dir jetzt an. Augenkrebs. Ich find's ja lustig, dass Professor Eichvoll der Pedo ist. Und dass Ash nie was essen muss. Ich find's voll geil, dass Ash aber gleich mein Fahrrad klaut. Also, Jerry, sei vorsichtig. Die Bloodshots lagern überall um den Damm herum. Besorg dir ein Gefährt, das ein paar Kugeln abfängt. Alter, kommen da viele. Ja, gut, Granaten-Party. Ja. Bombs, stirren wir uns. Ey, guck dich mal. Loll. Loll. Im Flug? Ich bin ja immun gegen Explosionsschaden. Ha? Ja, mein Schild. Okay. Dieper Schild? Ja. Gut, dass dein dieper Schild bis beiden Hoden braun sind. Oh, Alter. Ich check mal kurz, ob ich noch ein gescheitertes Schild hätte. Einen besseren. Oh, nee, bringt mir nix. Das ist Granate. Ich komm mit daher. Aber wie immer halt. Wurde es ja nicht lang. Deswegen wartet man auf Nico. Chance bei Schadensnahme einen Schild-Booster zu verlieren. Was ist das denn? Nacka war sozusagen Reutschaden. Boah, ich glaube ich wechsle echt mal den Schild. Moshi geben wir aus dem Inventar. Wir reisen. Will der allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Das war die Schnellversion. Gib dir mal die Nightcore-Version davon. Ich will der allerbeste sein. Einmal straight durch. Alles geradeaus. Ich bin allerdicksten Hammer. So dick wie keiner war. Düm, düm, düm. Ja? Und vorne und von hinten. Das kann man so gerade ersünden. Ey, sie wollen einen Film von 50 Shills of Grey machen, ne? Gibt's schon was. Ne, ne, sie wollen einen, äh, noch einen, also einen, den verfilmen. Das eine ist jetzt gut. Was? Ja, ja, ich öffne das Tor. Halt, ihr Idioten! Das ist Keits von unseren Fahrzeugen! Wir wollen die Geister überfreien! Tötet sie! Oh! Alter, wo machen die so Damage? Red mit meiner Verwandten draußen in den Gast. Heile mich mal! Ah, warte mal, da kommen welche. Ne, heile mich nicht! Alter, von wo? ja ist mich jetzt von da jetzt sagt er mich steigt auf es hat einen noch gekillt nö 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 endlich in the dust an